Hahaha Retardalage Retardalage Kannste haben, na kannste nicht haben Ich werde mir auf jeden Fall was davon beklauen Nein meins, darfste nicht Ich klau mir die K da raus, du hast da kein Mitspracherecht Du kriegst die K nicht, du kriegst die Uzzis die da drin liegen Die kannst du haben Das gehört dir nebenbei zum guten Ton Winzen will sich nur profilieren, das gehört ja nicht zum guten Ton Äh Winzen gehört nämlich selber nicht zum guten Ton Kann ich leider bestätigen Und hier in dem Gebäude wo ich grad drin bin ist auch noch Der klaut meine Lootspots, nein Quatsch Ja kannst du ruhig stehen Ja dann lau ich jetzt durch Ich bräuchte natürlich noch irgendwie nen Reddod oder sowas, das wär super Oder halt generell Visier, was besser ist Oh ne 1erbeste, geil Eigentlich geht das so Kann dir ein Holo geben Ein Wololo Hier ist noch ne Pfanne Ja, quasi fährt irgendwas durch die Gegend Oh jemand ein erweitertes, ah ne hab's Der hältst du doch nicht überall aber Danke Bitte Er fährt was in unsere Richtung oder? Ja ne er hat vorne bei Recht Bei mir, der war echt nah Ja, der gehalten? Ja Ja Beim Tower, bei dem roten Roten 3 stücken Gebäude glaub ich in der Richtung Vorne bei dem Compound, da wo ich drauf guck Wo guckst du nur drauf Südöstliche Ecke? Nach den Süden, südöstlich, genau Da hat er angehalten Der 3x Compound da Genau Team go go go, komm mit, komm mit Da war ich grad drinnen in dem Haus Wir haben hier Gegner Boah, du bist so dumm, Alter Ich hab dir angesagt, du Tat Komm, 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 komm Ja dann komm ran hier Schuss Was war das denn nach euch? Äh, ich hab grad geschossen Weil hier einer Stand Ich weiß nicht, warum der hier rumstand Der gehörte wahrscheinlich zu Da ist noch ein zweiter, der ist im Gebäude Bei mir? Kommt aus dem Gebäude raus Aus welchem Und später vor mir andere Seite der Mauer Kommt auf dich zu Sebiro Der ist beim roten Tower dran Ausgelockt Just by the line Down Was hat denn der? Uh Alter, das war ne Lieferung Komm rüber Sebi Hä? Ich bin hier drüben bei dir Will ja immer ne SCAR haben Die würde ja aber die Munition nehmen Ja, die darfst du gerne haben Darfst du gerne haben Hier ist irgendwo noch einer Das waren zwei Ausgenockte Hier ist auch ne SKS, falls die jemanden lieber haben will Oh ja, die nehm ich mir sofort Wenn Sebi sich sie nicht lootet Ne ne Ich will mit M4 und Wattgon Ich geh mal gucken ob das hier Hat noch jemand ein taktisches Lager Für ne M416? Nein Taktisches wat? Das Hinterteil der Bugstock Tactical Stock Heißt auf deutsch taktisches Lager Ja Ach du Scheiße Bleibst du hier in dem Haus? Das bin ich Oder? Nein Ne Ok bin ich nicht Sebi steht am Haus Ja Ich geh hier an den Baum und schau Schlüsse? Oben raus Ja aus dem Ganz oben rechts Oben rechts drin Ah ich kann nur ne Smoke werfen AI ist drin Aber das war der falsche Raum wahrscheinlich Der hat nur den Reifen vorhauen Die Energie zu schossen aus irgendwelchen Gründen Wollt ihr den wirklich da raus pushen? Weil aus dem Haus rauskriegen ist immer echt schwierig Ich kann hoch Ich seh die Treppe von hier oben Aber ich seh da niemanden dran stehen Also hier waren auf jeden Fall Steps drin Ja da ist auch einer drin Ich hab ihn gesehen Aber Wo? Ich bin schon oben jetzt Ich bewach schon einen wieder raus Sebi gehst du rein? Im letzten Raum wahrscheinlich In einem von den Raum links oder rechts hinten Den Gang runter Ich schieß mal ein bisschen rein Ja er ist hinten rechts im Raum Hier 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 Ne ich seh ihn ich seh ihn Ab ihn ab ihn Ab ihn Sehr schön Nice du hast ihn gekillt Und wir sind den Schaden gefressen Ich hab den einst zweimal gehittet Wir sind den Schaden gefressen Und ihr habt ihn gekillt Sehr schön Ah nice Wenn wer ne 2er beste hat für mich Die liegt im Watchtower Liegt ne neue 2er Hier liegt ne Car Carll Hier liegt jetzt noch ne SKS Wenn wer will Und noch ne 2er helm Hey Wie gesagt Hier unten im Schuppen Liegt ne SKS mit 100 Schlüsse Ich hab übrigens auch noch nen Vertical Grip Wenn wer ein SMG Suppressor haben will Hab ich auch noch Den hab ich vorhin schon weggeworfen Ich hab nen Extended Quickdraw übrigens Und nen Extended Mag Für Sniper Rifle Hast du es schon oder Jaja Ich hab nochmal rein der SKS Steven hast du Extended? Für SKS? Ja Ja Ok Ach weisst du was Legst du die Car weg und nimmst die SKS oder was? Ey ich hab so ziemlich alles für die SKS Von daher nehm ich die FDK weg Dann komm hierher Ich hab sie grad hier abgelegt Sibiro du bist grad abseits von uns Hm ich weiss ich komm jetzt auch wieder zu euch Wo hast du nen Buggy gesehen nochmal bitte? Ähm Da Also nur gehört nicht gesehen Ich will den töten der schießt Blöd Achso Das ist der auf die Entweder die geschossen haben Oder auf die geschossen wurde Ok Und nicht für meine Ähm Brauch noch jemanden Vierfasssucher Und noch eine Schnaufer Aber mit 60 Schuss Da kommen wir Die kommen über die Brücke grad Sollen wir schießen Kann ich auf die Brücke sehen Äh Feuer Hier Ist das einer von uns? Red Shirt? Trägt einer von dem höchsten rote Shirt? Nein Digga wenn da kein Symbol beim Kopf bleibt Bei dem kleinen grünen Gebäude Habe ihn gekillt Habe ihn gekillt Ich habe die Waffe noch auf voll Habe zwei gekillt Ja Die auf der Brücke sind tot oder? Nee das waren die Da liefen noch welche im Hintergrund Ok Das waren nur zwei auf diesem Buggy Da liefen aber noch welche Also die auf dem Buggy sind tot? Ja da oben ist einer an dem Wrack An welchem Wrack? Achso an dem da Hier ist noch ein erweitertes Schnellwechselmagazin Wofür? AR Na das wird zwar ganz nice aber ich bin grad beschäftigt Hier ist noch ne Menge Zeug was man sich noch rausnehmen kann Bei dem einen Typen hier Ich mach mal ein Ich mach mal ein Aber wenn da Leute sind Ja da ist noch einer auf der Brücke Steven Würde ich die auch nicht looten Ja da ist Ja da ist Fünf First Aid geht's Jungs Fünf First Aid geht's Ja er läuft Der ist jetzt der rechten Seite Kann ich nix mitnehmen Ich bin schon randvoll Ich auch Ich auch Der finde ich Der ist da mitten auf dem freien Feld Jungs Ja ich hab mich grad anders positioniert Er kommt näher ist jetzt gleich am Ende Oh ich kann ihn unter den Ich auch Ich hab ihn getötet Ah nice Nice So darf ich auch mal zu denen Ich will jetzt auch mal gucken ob ich was looten kann Der war instant down Nein Alles gut Da ist nicht angeroben Ja Ben Stell dich irgendwo rein Stell dich oben aufs Dach Leg dich oben aufs Dach Hier bei dem blauen Oder da drauf Ich hab einen magnetisierten Helm auf Äh Oben auf dem Berg Auf 220 Ist grad mit dem Motorrad da rumgesprungen Ist aber auf der andere Seite Ist aber auf der andere Seite Ganz oben auf dem Berg Hat Stil Ist halt wirklich mit dem Motorrad da oben Ja ich glaub es auch 120 wo du hingeguckt hast 120 Ein 100 120 Ja 120 Du hast immer 220 gesagt Ja ehrlich Tut mir leid ich wollte 120 sagen Ben get your shit together Tyrone Ne Tyrone ist wo anders Steht da noch rennt da rum Ja ja aber der rennt die ganze Zeit da rum Ja den triffste nicht Ja ich nicht Ihr aber mit euren Snipern und den Achtanz suchen Ja theoretisch schon wenn er stehen bleiben würde Dieser Hügel hier ist an sich Aber er bewegt sich die ganze Zeit Den nicht mal Oh Schüsse Okay das war der Rund Das war Richtung Krankenhaus Aber die haben auf den Oh die schießen auf uns Die schießen auf mich Oben vom Berg Oben vom Berg Ernesthaft Oben vom Berg Ja Wir hören die Schüsse nicht Okay dann Ne ne Flüsse ausm Norden Flüsse ausm Norden Ja gut Ja ich hab sie gesehen auf den Hochhäusern Direkt im Norden Da chillen sie drauf Ja ich seh einen Welche von den Hochhäusern denn? Auf 15 Keine Ahnung Der da Ja auf 15 Was das? Ja aber denkt dran Wir haben im Zweifel jemanden im Rücken Ne ich würde es auch am liebsten aufhören zu schießen Ja ihr könnt euch auch woanders hin bewegen Wenn wir dort doch anscheinend zu offen sind Ich bin abgehauen der ist wieder reingegangen ins Haus Schüsse im Süden Ja der Boss Verdammt Rot wieder gelb und rot Fuck Wir müssen durch die Container Dann müssen wir irgendwie dahin ne Und der Berg ist sogar noch drin Ach fuck man Ich hasse Bergzonen Aber die auf der anderen Seite müssen früher move'n Wollen wir uns schon mal bewegen? Also ich würde mich schon mal bewegen Ja los 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 Äh ich würde Richtung Südosten zu den weißen Häusern gehen erstmal Ja Ja nicht zu den weißen Häusern Sondern direkt zwischen den Häusern Und den Hallen vorbeizuern räumen Ja Ja In den Häusern vorbei ist auch noch Ah Airdrop auf 105 Oh Gott Oder 110 Das ist genau bei Rot Wenn ihr mich nicht fassen Genau bei Rot In der Ungefähr Ne ist bisschen weiter in den Berg Ja irgendwo da Bei Gelb Ja Problem sind wirklich die auf dem Berg Weil die können auf uns runter gucken Mit Third Person Ja das ist uncool Mit Third Person Ja Ja 31 Leben Aber wir gehen jetzt dafür auf jeden Fall Jetzt nur noch 30 Bist du hinter uns im West-Osten 2,10 Himmelsrichtungen Dein innerer Kompass ist noch nicht weit genug ausgebaut Ja den können wir uns auf jeden Fall snacken Dann kriegen wir ein paar Magneten Bin schon vom Weg dahin zum snacken Ja Oh das ist ne Schrotze auf 60 Der rutscht nen Berg runter Also lass mal jetzt nicht alle hin Na einer reicht Wir schicken einen hin Der Rest ist scoutet Ja Immer noch Schüsse im Süden Wahrscheinlich vom Berg oben jetzt Vom Berg Ne ne die sind weiter weg Westen Ach komm schon Bergziege Gib mir Bergziege Gebe Empower Empower the bend M24 M24 Hier ist noch ein 8fach Scorbids übrig Das würde ich gerne haben bitte Kann ich es einstellen? Kann ich einstellen M24 gegen AA Gegen was? Den K Nein Gerade Ich habe ein 8fach Scorb Moment ich habe es nicht eingesteckt Ich habe es nicht eingesteckt Ich habe es nicht eingesteckt Wieso habe ich es nicht eingesteckt? Jetzt hättest du es nicht drin lassen können Ich hätte gesagt Richtung Rot Ach doch ich habe es eingesteckt Ich habe es auf der AK Okay 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 Ich komme zu dir Ich komme zu dir Lass mal runter gehen erstmal Irgendwann einen Baum Dann gebe ich es dir Hier den nächsten Baum Whiskeys Leben triggert mich Ja ne Ach stimmt ich habe genug Pankelau und ich hole Ich gebe mir jetzt Aber erstmal gehe ich in die Buschis Alter dieser Busch hier Alter Kannst du mich denn nie im Leben drin sehen? Ja die Büsche sind da generell ziemlich nice Hast du noch keine feste Deckung Wenn halt doch mal jemand sieht Dass du da drin sitzt Ja dann In so einen Busch mit Die Lieder bist einfach unsichtbar So ich stelle mich auch einfach hier rein Ich stehe vor allen Dingen ne? Ey die müssen doch da bei die Brücke kommen links Oder rüber schwimmen Die von der anderen Seite Also da müssen wir mal aufpassen Ich bin sogar noch drinnen in der nächsten Zone Ich auch leid Ja ich fass Ich laufe jetzt ein bisschen außerhalb Ja ich muss einfach nur zwei Schritte nach hinten gehen Ich habe keine Deckung Das ist von oben Das ist Alles Käse hier Ja ihr guckt Hier vorne bei den Bäumen Ja ja doch hier Ja Ben du stehst ganz schön nah an mir dran Finde ich nicht gut Ach ich will grad in die Büsche Digga Du kannst doch jetzt nicht zu denen Ach du bist doch so ein Obstbar alter Ja Da kommt noch ein Erdruh über den Berg Oben 150 165 Das sehe ich nicht Auf dem Berg Das sehe ich gar nicht Da kann ich aber nicht hinschießen Okay Okay Moved jetzt rüber Halt den Mantel Roten Soweit ich gesehen hab Langs kein blaues Symbol überm Kopf hat Wird raufgeschossen Ich sehe sie Ich sehe sie Er hat recht Wie viele? Ich habe einen gesehen Ne Einen sehe ich da Ja ich wollte alleine mit der MC16 draufschießen Der ist ganz oben auf dem Berg lang gelaufen Äh das waren doch nicht unsere Schüsse oder? Ne ne Ah das sind die da oben Ja Aber ihr könnt ja nicht so einfach pushen im Third Person ne? Jungs Ich will ihn gar nicht pushen Ich will ihn gar nicht pushen Wie läuft er Ach das warst du Also wenn ich Schuss frei habe auf welche dann Ich komme jetzt zu euch mit hoch Bist du oben auf dem Berg? Wir bisschen Bisschen näher ran Ja ich halt nach hinten ausschau Ja Die aus den Häusern Die müssen ja jetzt rauskommen Ja Äh ich habe ihn da oben gesehen Da ist definitiv einer drin gewesen Warte mal die sind ja noch nie Wurde ist ja noch nicht da Ja aber die kommt Ah da jetzt laufen sie Boah fuck man Ich habe nicht nachgeladen Ich volltrottel Ah ausgenockt jemanden Haben wir nur einen Die Zone ist bei uns Ihr habt oben ja Ne ja ich guck oben Ich guck oben Ja aber ich habe ne Scheiss Sicht leider von hier Und ich habe noch ne schlechter Osten ist tatsächlich bisschen problematisch Ja ja da kommen sie jetzt auch lang Die werden den noch aufgehoben haben Ja logisch Ja ich sehe sie wieder am Baum Ich sehe es nicht Im mittleren Baum ist er jetzt Von den dreien Im Nordosten Naja ich sehe es Ah ich sehe ihn Ich habe Schuss fest Ich habe ihn ausgenockt Ich habe einen Blick nach oben Auf den Berg Ja einer musste mal mindestens Einer muss nach oben gucken Ja man geht Der wurde auf jeden Fall gefinisht Ja habe ich habe ich Da ist glaube ich noch einer Achtung einer pusht Osten runter Ja 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 Ich habe leider keinen Winkel Ich sehe nur die Waffe Um über den Hügel blitzen Ah ja ich habe es gesehen Dass er gelaufen ist Er ist auf 105 von mir aus Fast straight Osten Ja Sollen wir hoch pushen Und die dann von oben überrasch Ich pushe hoch und überrasch die von oben Dann müssen wir aber zirkeln Ne ne Sebi bleibt da eben Gib mir Deckung wenn nötig Alles klar Ja Okay 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 Wer folgt mir wer Aber pushen ist nicht so geil Immer noch Auch wenn die gerade beschäftigt sind Ja aber die sind gerade beschäftigt Extrem Also ich Wechsle gerade ein bisschen Posi Ja wir kommen alle mit Wir kommen gerade alle mit Wir haben die hier genau unter uns wahrscheinlich Ja Unten 15 Ja unten leider Hinter Komm hier runter komm hier runter Sebi Zu mir Ja Unten Und Direkt auf 30 Einer tot Schön erwischt erwischt Der auf 105 Der muss eigentlich Wir haben nur noch einen Gegner Jungs Outside play sind die Irres gestoben Ich würde mich gar nicht hinlegen Ich seh ihn ich seh ich seh Wo ist er Ich hab nicht einen Schuss abgegeben Ich mach den jetzt mit Granaten Ne Okay Ich hab ihn erwischt alter Was Nicht einen Schuss ab Fuck Es geht klar Erster Platz Ich hab auch viel 500 noch Es war aber auch viel Positionierung gerade Wir hatten einfach echt viel Positionierungsglück Die Gegner sind zu uns gekommen Gekommen immer wieder Und der letzte hat irgendwie mich gesehen Dass ich raus gucke Und hat sich auch rausgelehnt Und ich dachte mir so Alles klar dann hau ich da rein in den Kopf Das ist der vorletzte Das ist der vorletzte Das ist der vorletzte Das ist der vorletzte